Hey, ich freue mich sehr dich hier zu sehen. Gestern ich habe dir gezeigt über welche Ergebnisse du dich konzentrieren solltest, um große Ergebnisse zu machen und heute das ist dann die zweite Teil. Ich werde dir zeigen über welche Unterergebnisse du dich konzentrieren solltest, um beim Üben richtig große Fortschritte zu machen. Hey, mein Name ist Anton Morales und ich bin Trostner Geiger und Geigenlehrer, spezialisiert auf das Lernen von Erwachsenen. Ich bin auch Auteur des Buches Geigenlernen mit Erfolg als Erwachsener. Also gestern haben wir gesehen, dass es gibt vier große Ergebnisse, worüber du dich immer beim spielen konzentrieren solltest. Das sind einfach die Ergebnisse, wofür du anfangen hast Geige zu spielen. So sage ich nochmal kurz, dass es schön klingt, Spaß haben, Emotionen füllen und deine Musik mit anderen zu teilen. Aber auch wenn du übst, dann es gibt auch untere Ergebnisse. Diese untere Ergebnisse, das sind die Ergebnisse, die dann die Möglichkeit geben werden, die obere Ergebnisse zu bekommen. Zum Beispiel, damit ein Stück sich schön anhört. Was brauchst du? So, damit ein Stück sich schön anhört, eigentlich, es gibt hauptsächlich fünf Sachen, fünf Elemente. Das sind auch die, die ich in meinem Buch erkläre. Das sind mit der Mathe und dass du dann wirklich nacheinander üben kannst mit der Methode der Geigenpyramide. Also, diese fünf Elemente sind. Erstmal ist immer der Klang. Der Klang ist etwas sehr Wichtiges, weil wenn es einfach nicht so schön klingt, dein Klang, dann kannst du auch die anderen Elemente nicht wirklich viel verbessern. Und sowieso, wenn der Klang nicht so schön ist, dann klingt das einfach nicht so schön. Und das ist wirklich eines der wichtigsten Elemente. Dann der zweite Element ist die Intonation. Intonation ist, wie hohe oder tief ein Ton ist. Und die Sache ist, dass wenn, warum ist das wichtig? Das ist einfach, weil wenn deine Töne nicht wirklich so präzise sind, wenn die sind einige zu hohe oder zu tief, dann wird man gar nicht die Melodie erkennen. Und wenn man nicht die Melodie erkennt, dann erst mal, es wird weniger schön klingen, aber auch, dann wird man keine Emotionen fühlen, weil dann wird man das Stück nicht verstehen, wird man nicht die Nachricht von dem Stück verstehen, ganz einfach. Und auch die anderen, wenn du für andere spielen willst oder mit anderen spielst, dann ist das noch komplizierter, wenn die Intonation nicht stimmt. Es ist etwas sehr Wichtiges. Dann der dritte Element ist der Rhythmus. Der Rhythmus ist einfach, dass du sehr deutlich einen Rhythmus spielst. Ein Rhythmus, das ist einfach, wie viele Töne du pro Schläge spielst. So, wenn du spielst, es gibt immer ein bestimmtes Tempo und darüber gibt es immer eins oder mehrere Töne. Zum Beispiel nur eins, so, ta, ta oder zwei pro Schläge, ta, 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 ta oder drei, ta, 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 ta und so was. Und bei Rhythmus, was wichtig ist, das ist einfach, dass es sehr deutlich sei und nicht 1, 2, 1, 2, sondern 1, 2, 1, 2, wenn es so ist. Einfach, dass es deutlich ist, weil wenn es nicht deutlich ist, wird das Stück auch nicht erkennbar sein und dann es wird weniger schön klingen, es wird keine Emotionen machen. Das wird dann sehr schwierig sein, mit anderen zu spielen und weiter. Vierter Element, der auch mit dem Rhythmus viel zu tun hat, ist das Tempo. Das Tempo habe ich dir gerade gezeigt, das ist, was unter der Musik steht. So, du denkst, naja, das ist einfach, es muss einfach regelmäßig sein. Ja, Tempo muss einfach gleichmäßig, regelmäßig sein, wie eine Uhr. Aber die Sache ist das, wenn du nimmst, nimm einmal ein Affen von dir. So, dann du wirst etwas merken. Du wirst merken, dass eigentlich, du gehst manchmal schneller und manchmal langsamer. Und das ist nicht gut. So, oder nur, wenn es wirklich gewollt ist. Aber am meisten ist das überhaupt nicht gewollt. So, weil wenn du das machst, dann noch einmal für die Männer, die dich stören, für dich, du wirst es vielleicht nicht machen, aber wenn jemand dich zuhört, dann, er wird das sehr komisch erfinden. Er wird dann das auch nicht erkennen. Und wenn du versuchst, mit anderen Menschen zu spielen, dann, wenn ihr nicht alle genau das gleiche Tempo hast, dann, es kann nicht funktionieren. So, deswegen ist das sehr wichtig. Das wäre ein bisschen wie, du solltest dich mit drei anderen, mit drei Freunden treffen und jede hatte eine unterschiedliche Uhrzeit. Also, jeder hat eine Uhr, die eine unterschiedliche Uhrzeit zeigt. Dann, es wäre sehr schwierig, sich zusammenzutreffen. Bei Tempo, das ist das gleiche. Wenn du spielst mit anderen und jeder sein eigenes Tempo hat, dann, es kann nicht funktionieren. Deswegen ist das sehr wichtig. So, fünfter Element ist die Musikalität. Die Musikalität natürlich ist sehr, sehr wichtig. Das ist was macht, dass wenn du spielst, es sich nicht mechanisch und nicht wie ein Computer anhören wird, sondern wirklich wie ein musikalisches Stück. Und das ist sehr wichtig. Und das kann man natürlich üben und lernen auch. Ja, weil es gibt natürlich Leute, die denken, es ist nur Begabung oder was weiß ich. Das ist überhaupt nicht Begabung. Wenn du spielst, etwas musikalisch zu spielen mit Emotionen, man lernt das. Ja, wie alles. Kann man alles lernen. Und besonders an der Geige kann man wirklich alles lernen. So. Und die Musikalität dann ist besonders wichtig für die Emotionen. Damit, wenn du spielst, dass du wirklich Emotionen fühlst. Und damit die Menschen, die dich tun, auch Emotionen fühlen. Und das ist natürlich sehr wichtig. Das ist der Grund, warum man auch Musik macht, ganz einfach. Und deswegen ist es immer wichtig, dass du dann auch die Musikalität ein Stück übst und verbessert. Und das eigentlich egal, wenn du ganz blöde Übungen machst, dann solltest du trotzdem immer versuchen, ein bisschen zu phrasieren. Ein bisschen Musikalität zu geben, damit es sich einfach schöner anhört und damit es dir auch dabei mehr Spaß macht. Sehr wichtig. So. Wenn du übst, es bedeutet, dass du solltest immer natürlich deine obersten Ergebnisse im Kopf haben. Aber dann, du solltest trotzdem immer wissen, was du jetzt am meisten verbessern willst. Welche von diesen fünf Elementen. Und auch generell in deinem Spiel, du solltest dich am besten eine Note in jede dieser Kategorie geben, um zu sehen, welche Kategorie du jetzt am besten verbessern solltest. Ist das der? Was ist dein Schwerpunkt? Das ist dein Schwerpunkt, wo du am besten bist. Ist das der Klang? Die Intonation? Der Rhythmus? Das Tempo? Die Musikalität? So. Sehr wichtig. Das ist sehr wichtig zu wissen, wo du da bist. Weil dann es ist wichtig, dass du übst. Die Sache, die du wirklich am meisten brauchst. So. Wenn dieses Video dir gefallen hat, dann lass es mir wissen. Klicke auf gefällt mir unter dieses Video. Und falls du noch nicht zu meinem Kanal abonniert bist, dann abonniere dich, um keinen weiteren Video zu verpassen, wo ich dir noch viele Tipps geben werde. Ich habe auch für dich einen Kurs auf meiner Website. Er kostet normalerweise 17 Euro, aber du kannst es jetzt kostenlos folgen. Es sind die drei Faktoren des Klangs, um einen wunderschönen Klang an der Geige zu bekommen. Klicke einfach da unten über den Link und dann wir sehen uns dort. Morgen werde ich dir auch zeigen, wie du deine Geige halten kannst. Also bis morgen und bis dann. Tschüss.